Hallo liebe Leute, mein Name ist Peter und ihr guckt euch AVA-Media-Kanal an. Heute gehen wir weiter mit unseren Serien. Diese Serie über Sonoff. Unsere 10 neue Sonoff Minis sind angekommen. In dieser Episode zeige ich euch, wie man diese Geräte mit eurem Handy verbundet. Und auch wenn die das nicht unbedingt wollen, dann integrieren wir diese Sonoff Geräte in eine Google Home Application, dass ihr eure Schalter nur mit eurer Stimme steuern könnt. Und später in der nächsten Episode werden wir unsere eigene Tasmota Software drauf spielen, damit ihr unabhängig von der EV-Link Software seid. Also, wenn das euch interessiert, abonniert den Kanal, bleibt mit uns. Wir starten sofort. Also, hier sind wir bei der Computer. Bei der Computer, damit ihr hier auf der linken Seite sehen könnt, was live auf dem Handy passiert. Und wir haben den gleichen Setup wie letztes Mal. Eine Sonoff Mini, eine Kabel, wo der Strom kommt. Hier ist die Stromquelle. Und eine Sanierungslampe, damit wir sehen, was wir hier überhaupt erreicht haben. Als erstes geht ihr zu eurem Play Store. Allerdings, auf einem Apple-Telefon funktioniert das genau so. Ihr sucht nach dem EV-Link Programm. Nach dem Öffnen des Programms wird er euch auffordern, euch zu registrieren. Das ist ein Pflichtfeld. Über die Registrierung gehen wir jetzt nicht durch, weil sonst verliere ich alle meine Einstellungen. Aber so eine einfache Registrierung kriegt ihr euch schon alleine hin. Wenn ihr schon im Play Store seid, dann könnt ihr gleich nach dem Google Home Programm suchen, installieren. Weil mit Google Home werden wir in der Lage sein, noch heute unsere Sonoff in unser Google Home Programm integrieren. Und dann könnt ihr diese Sonoff-Geräte mit eurer Stimme steuern. Also ich habe den Licht ausgeschaltet, damit ihr besser seht, wie diese LED hier blinkt. Wir stecken das Gerät ein. Er startet. Und sollte genauso blinken, wie jetzt bei mir. Das Blink-Muster ist für Quick Pairing. Hier auf der Plus-Knopf, auf dem Handy, könnt ihr zu den Geräten hinzufügen. Menü gelingen. Und hier oben ist der Quick Pairing. So blinken aber nur neue Geräte. Wie der P20 oder der Sonoff Mini. Ältere Geräte werden schnell blinken. Und das heißt, das muss man mit dem Compatible Pairing Mode anschließen. Das zeige ich euch auch gleich. Wenn ihr den Sonoff einsteckt, dann wie gesagt, blinkt es so. Und das heißt, hier unten auf den Plus gedrückt, er versucht den Quick Pairing zu machen. Der Quick Pairing funktioniert sehr, sehr selten. Deswegen empfehle ich euch, um Zeit zu sparen, gleich auf das Knopf zu drücken, etwa über 7 Sekunden lang, so dass der LED schnell hintereinander blinkt, wie ihr hier seht. Und ihr geht unten auf dem Bildschirm zu den Compatible Pairing Mode. Hier zeigt er auch gleich an, wie der Gerät blinken soll. Check. Nächster. Hier, bei diesem Schritt, sollte euer Handy schon an den WiFi angeschlossen sein, die ihr später mit dem Sonoff verwenden wollt. Ihr gebt euer Passwort an. Und dann drückt ihr auf Nächster. In der Regel sollte jetzt der Handy den WiFi wechseln, auf den, der der Sonoff sendet. Das passiert auch selten, dass er selbst klappt. Deswegen geht ihr zu euren WiFi-Einstellungen. Und ihr versucht, mit Gewalt den Handy darüber zu überzeugen, dass er an der IT-Art WiFi-Sender sich anschließt. Während des, das muss nicht gleich passieren. Manchmal muss man öfter drauf drücken. Aber, sobald der Handy den Befehl nimmt, dann wechselt ihr zurück zu den EW-Link-Software. Der Handy wird fragen, ob er auf diese WiFi sich verbinden soll, obwohl da kein Internet dahinter ist. Verbinden. Der Software findet den Sonoff. Es dauert eine Weile. Er sendet die WiFi-Informationen an der Sonoff, an dem der Sonoff sich verbinden soll. Es wird registriert. Ich gebe jetzt keine Namen an. Drücke auf Next. Und wie wir sehen, der Sonoff leuchtet durchgehend und auf der Handy ist der neu zugefügte Sonoff aktiv. Mit einem Druck auf der Knopf sehen wir, dass der Lampe angeht und aus. Meine Empfehlung ist gleich auf die drei Punkte hier oben zu klicken. Einstellungen und dem Firmware aktualisieren. da es kann sein, dass eure Sonoff nicht mit dem aktuellen Firmware geliefert kommt. So und jetzt ist der Licht an und ich kann euch zeigen, wie man diese Sonoff Gerät mit dem Google Home verbinden kann, dass es mit Sprachsteuerung funktioniert, wie zum Beispiel OK Google Test Einschalten OK Google Test Ausschalten Es geht folgendermaßen Ihr öffnet den Google Home Programm geht auf den Plus in der Ecke Geräte einrichten Du hast bereits ein Gerät eingerichtet Wir haben diese Geräte schon in EW Link eingerichtet Aus dieser Liste könnt ihr mit dem Such Feld EW Link aussuchen Beim draufklicken wird er nach eurer E-Mail Adresse und Passwort fragen die ihr beim EW Link angegeben habt Wenn ihr das richtig gemacht habt dann erscheinen alle eure Geräte hier vorne mit dem Namen was ihr EW Link angegeben habt Das heißt hier haben wir unsere Test Sonoff an und aus Das war das Video für heute vergisst nicht uns zu abonnieren diese Video mit euren Freunden zu teilen In der nächsten Episode werden wir unsere eigene Software auf diese Sonoff drauf spielen so dass wir unabhängig von der EW Link Programm sind und kleine chinesische Firmen nicht unsere Wi-Fi Daten klauen können Eine kurze Bemerkung diese Wi-Fi Sender und Passwort sind per Hardware getrennt von meinen Computern und Handys Also jeder der durch die Sonoff uns hacken will kommt nicht weiter weil dieses Sonoff ist auf einem separaten Netzwerk noch einmal per Hardware getrennt von alles andere Also wir sehen uns nächstes Mal Tschüss